Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu meinem täglichen Heilfasten-Update. Heute ist der vierte Tag und langsam habe ich so den Eindruck, dass sich der Körper ganz langsam, aber sicher sich an das Heilfasten gewöhnt. Die Hungerattacken sind zum Glück deutlich weniger geworden, aber wenn ich mal Hungerattacken habe, dann sind die richtig brutal. Außerdem habe ich gestern Abend und heute Vormittag gut Durchfall gehabt. Das dürfte aber höchstwahrscheinlich an meinem Cola-Konsum liegen, aber auf meine geliebte Cola will ich nicht verzichten. Ihr seht, ich habe eine Menge Cola getrunken gehabt seit dem letzten Video. Die eine Cola-Flasche vom gestrigen Video-Dier habe ich ausgetrunken gehabt. Dann am Abend habe ich eine weitere Cola-Flasche ausgetrunken und heute Vormittag noch eine. Also läuft bei mir. Gestern Abend habe ich auch zwei Tassen Gemüsebrühe gegönnt. Also weiterhin sehr monoton, was meine Ernährungsweise angeht. So, mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Das war es jetzt auch wieder von mir. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Aaaaaaah!